Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die KiCat-Version 8. An dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag, wie komplex das ganze Thema ist. Ich habe mal hier so ein BS-170 genommen und habe hier in diesem BS-170 ein Spice-Modell hinterlegt. Das habe ich mir mit Perplexity erzeugen lassen. Also wir sehen hier BS-170, das hat mir jetzt hier die KI perplexity.ai erzeugt, das ist also dieses Modell. Und dann habe ich jetzt mal die KI im Gegenzug JetGBT hier ausgespielt, indem ich eingegeben habe, ist dieses Spice-Modell richtig? Und habe dann eben dieses BS-170-Modell hier reingespielt. Ich mache hier das mal ein bisschen größer und scrolle jetzt mal hier so etwas seitenweise nach runter. Und habe also gesagt, das ist die Antwort dann hier von der JetGBT, von der anderen KI, einfach mal als Gegenprobe. Und ihr könnt euch das jetzt hier selber durchlesen. Ihr könnt dann immer das Video mal stoppen, was jetzt hier die KI dazu geschrieben hat. Ich nehme das hier mal ein bisschen runter und ihr könnt dann entsprechend das durchlesen, indem ihr einfach das Video mal stoppt. Ich sage jetzt hier mal nichts weiter dazu. Ich kann hier nur anmerken, wie komplex dieses ganze Thema Spice-Modell eben einfach ist. Hier unten macht die, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, hier nochmal der letzte Teil vom Text. Und wir sehen jetzt hier unten die Korrekturvorschläge. Also JetGBT hat jetzt im Gegenzug nochmal den BS-170 etwas angepasst. Und da sehen wir hier das Korrekturmodell dazu. Und hier dazu nochmal eine Erklärung, was entsprechend angepasst bzw. Schrägstrich weggelassen wurde. Ja, könnt ihr euch nun selber ein Bild darüber machen, inwieweit ihr euch in dieses Thema Spice-Modelling einarbeiten wollt. Ich würde mal behaupten, für den einfachen Anwender ist es wahrscheinlich einfacher, ein Steckbrett zu nehmen, die Schaltung aufzubauen und zu simulieren, als dass er sich hier in dieses Spice-Modell einarbeitet. Aber ich denke, ich habe damit den Kommentar erstmal soweit dahingehend beantwortet, dass ihr euch ein Spice-Modell erzeugen könnt. Danke und Tschüss.